Okay, jetzt, äh, kurz durchgeatmet. Äh, so. So. Einmal hier rüber. Lalalala, lalalala. Schaffe ich es hier rüber? Oder bin ich wieder hinüber? Äh, ich wollte noch mal einen Schwung. Ah! Ich hab's geschafft! Jo! Einmal Luft geholt. Einmal kurzes Päuschen. Entspannt. Meditiert. Mit dem Lachsbox geplubbert. Und schon... ...läuft das. Näh. Näh! Näh! Das ist doch nicht wahr! Hä? Hä? Geht das jetzt von einem Sprung zum anderen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Spiel! Oh Gott! So. Safety first. Wir machen noch... So. Okay. Okay. Ich hab' also jetzt rausgefunden, wie man diesen Sprung macht. Finden wir jetzt beim nächsten Sprung raus, wie der funktioniert. Das ist aber auch gemein! Mein! Ja, Pinnadula ist aber äh... Zappen Duschter. Ein Kontrollpunkt! Yay! Ja! Kontrollpunkte sind super! Und Medikit. Medikit ist auch super. Rrrr! Oh! Free! Free! Junge, Junge, Junge! Erschreckt mich doch nie so! Oh, Kacke! Ich weiß genau, was ich machen muss. Okay. Echt jetzt? Das hätte ich jetzt fast übersehen. Gut. Hä? Ich hab' doch... Ich hab' grad weh gedrückt. Warum bist du runtergeklettert? Hä? Spiel! Was ist mit dir los? Was ist das für eins? Was ist mit dir los? Was ist das für eins? Oh Gott! Da hat der eine Sprung geklappt und dann kommt gleich der nächste. Oh Mann! Mann! Ja! Geil! Oh, schon wieder so! Und wieder ein Kontrollpunkt. Sehr schön! Links oder rechts? Okay, da ist jetzt zu. Also muss ich da längs. Da ist der Hebel. Das macht Sinn. Okay, ich mach' Sinn. So? Wahrscheinlich so? Nee, schwing doch mal, Lara. Schwingen! Wir müssen doch am Hebel ziehen. Wir müssen doch am Hebel ziehen. Und dann geht da die Tür auf. Das heißt, komm' ich so zurück? Ja, ich komm' so zurück. So. 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 Ich... Ich... So. So. Noch irgendwas Heimtückisches, Mieses? Erstmal nicht, erstmal nur den Kontrollpunkt, ne? Okay, rutsche da, rutsche da. Kann ich mich da festhalten? Oh, 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 oh. Ich konnte mich da nicht festhalten. Hat man vielleicht gemerkt. Bin ich zu früh gesprungen? Keine Ahnung, den Hebel habe ich auch schon mal gesehen. Den kenne ich halt. Ach. Aus der Rutsche wird eine Krippe. Ja, cool. Und ich kriege einen Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Da liegt auf jeden Fall noch Medikit. Das nehme ich mit. Medikit. Hat das jetzt einen Grund, dass ich hier hochklettern kann? Ich weiß es nicht. Oh ja, hier in der Nische war auch noch Medikit. Das nehme ich mit. Ich weiß noch nicht, wo ich das brauche. Aber in dieser dunklen Nische war gerade noch ein Medikit anscheinend. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Kiste hier soll. Kann ich mit der Kiste hier irgendwo... Warum schiebe ich die so weit weg? Warum? Warum? Warum habe ich diese Kiste so weit weggeschoben? Ist doch klar, dass er direkt obendrüber... Hä? Ich habe doch gerade auch weh gedrückt. Warum springt die denn zurück? Was macht... Was ist denn mit oben? Da habe ich schon mal ein Evil gedrückt. Interessant. Wir schwingen einmal noch mal in den Weg. Hopp. Na. Ich lasse mich doch beim Spiel nicht vereimern. Kommt. Bitte. Wirklich. Toll! Ich warte wieder kurz, bis die Kinder rauskommen. Was sind denn das für Kletterrätsel? Du kommst hier nicht hoch. Wo muss ich da dran? Und wo muss ich hin? Muss ich dann von der Wand wegspringen oder muss ich hier hoch? Ich muss dann hier hoch, ne? Oh Gott, ich seh's, okay. Okay, 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 folgendes. Kling, komm raus. Und ich dachte, ich komm dann gleich da oben dran. Okay, nochmal. Klingeln raus. So hab ich gedacht. Kommen die gleichzeitig raus? Oh, meine Fresse, du, dat. Klingeln raus. Klingeln raus. Klingeln raus.